Preiswerte FIFA 14 Ultimate Team Münzen, PSN-Cards und Xbox 360 Microsoft Points findet ihr bei unserem Sponsor MMOGA. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Öni und herzlich willkommen zur 23. Folge unserer Top 5 Tore der Woche in FIFA 14. Heute haben wir wieder richtig geile Tore am Start wie am Dart. Yeah! Ja, Nummer 5 hier, Steven Nike Fan mit Darni. Denkt euch einfach mal nach und freistus, schießt mal hier drauf und der Keeper stand zu weit vorne und der Ball fliegt ins Tor. Aber Goal haste, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Nach dem schnellen Freischluss das Ding in den Tor hier. Platz Nummer 4 bitte diese Woche. Onishka Pro mit Cristiano Ronaldo. Geht ihr hier vorbei, macht nen Job Elastico. Jetzt haut er mal den Rainbow Flick raus und dann direkt der Volley mit Cristiano Ronaldo. Rechts oben in den Winkel. Onishka Pro hat hier mal wieder rasiert. Platz Nummer 3, richtig geiler Skillrun von der FIFA HD-Skiller. Macht es mal hier, zack, Drag-Bag-Fall. Geht weiter mit dem Scoop-Ton. Jetzt hier ein schöner Waka, Waka. Zumba Neymar, ach ja Neymar. Zumba Neymar, was ein geiler Skillrun hier. Und jetzt Platz Nummer 2. Passt auf Freunde, Lukas Bochum und es macht Bam! Bam Junge, in den Winkel. Was war das für ein harter Schuss? Viele werden sich denken, hör mal, das geht doch gar nicht. Aber das ist Ultimate Team Modus. Hier wurde nichts verstellt. Schaut euch das an, wie geil der Ball einfach in den Winkel flattert. und Golasso. Und jetzt kommen wir auch schon direkt zum alles entscheidenden Platz Nummer 1, belegt von Lokelani und jetzt schaut euch dieses Tor einfach nur an hier mit Maicon Leite, setzt euch erstmal hier durch mit dem Running Waka Waka, jetzt macht ihr den Ball durch zum Mann, Rabona fängt und jetzt mit der Hacke und jetzt Ole, Golasso doppelte Hacke hier, Jobson zeigt, dass er der Boss ist, schaut euch das mal an zack, durch die Beine, hat es hier schön Ole gemacht, hier nochmal zack, ach, was ein traumhaftes Tor, Platz 1 gewinnt diese Woche 5000 Coins im FIFA Ultimate die Modus, ja mein lieben Freunde, ich muss den Gewinn echt mal erhöhen, ja, wenn ihr auch so geile Tore habt sendet uns euer bestes Tor an, viel FIFA top5goldsetlive.de oder sendet es uns einfach als private YouTube Nachricht ja mein lieben Freunde, das war's dann auch, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Champions League, ich würde mich wieder über einen Daumen nach oben freuen, macht's gut, euer Öni ist raus, macht es gut, schwingt den Hut und ciao, aua, aua, aua aua, 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 he he